Also sehr wichtig ist natürlich die Familie, die hinter mir steht, die mich unterstützt, vor allem in Sachen, in Zeiten, in denen es mir nicht gut geht. Aber sehr wichtig ist auch der Arbeitgeber, dass einem nicht gleich fallen lassen wird, wenn es einem mal nicht so gut geht. Das hat mir sicher auch sehr viel geholfen. Also ich durfte einmal ein wenig krank sein, einmal ein paar Wochen ausfallen und wieder zurück in die Arbeitswelt zurückzukommen. Und das hat mir schon sehr viel Halt gegeben. Also Familie hat es nicht einfach gehabt, die Eltern, ja, es war nicht einfach. Es war schwierig zu sehen, ja. Am ehesten die Mutter, ja. Weil auch die Eltern suchen dann irgendwo etwas, was falsch gemacht haben. Aber sie können eigentlich gerne nichts falsch machen, weil die Krankheit, die entsteht halt einfach mal. Auch wenn man nicht so genau weiss, was effektiv der Ursprung ist und was es auslöst. Ganz normal. Einfach Verständnis und liebevoll sein, so wie man ja, einfach Verständnis hat. Zuversicht und Unterstützung auch für die Beziehung. Nicht wollen etwas verändern, nicht wollen besser wissen, sondern einfach da sein, wenn es nötig ist. Auch mal nicht da sein, wenn sie es vielleicht nicht will. Ja. 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 Ja.